Dürfen Männer die Farbe rot tragen? Ja, die Männer dürfen rot tragen, aber die dürfen nicht Urduan tragen. Und das ist dieser Knallrot. Knallrot und das war etwas, was in Syrien ist und das hat man auch aus Seide gemacht. Dicke Seide oder dünne Seide. Und das ist verboten für die Männer. Die Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, hat ein, hat ein, barakallofikum, ruhtes, tuwabangah, sallallahu alaihi wa sallam. Wallah taala, ala wala.